Und jetzt behandeln wir, wie eine klassische Straßenbahnweiche fahrzeugseichtig gestellt wird. Diese zugbewirkte Ansteuerung steht im Kontrast zur stellwerkstechnischen Ansteuerung einer Weiche. Die technischen Hintergründe dazu möchte ich anhand folgender Animation erklären. Wir sehen einen schematischen Gleisplan einer Straßenbahnanlage. Insbesondere sehen wir eine Wendeschleife mit einer spitz befahrenen Weiche. Dieses Kapitel beschränkt sich nur auf sogenannte Einzelweichenanlagen, also Weichen, die fahrzeugseitig angesteuert werden. Im Straßenbahnbetrieb sind die Art und Funktionsweisen von Weichen verschiedentlicher Natur. Es gibt neben den Einzelweichenanlagen auch stumpf befahrene Weichen, auch fahrbare Weichen, handbedienbare Weichen, Rückfallweichen und schließlich, falls Fahrsignalanlagen vorhanden sind, auch stellwerksbediente Weichen. Hier behandeln wir ausschließlich die zugbewirkte Ansteuerung von Einzelweichen. Insbesondere stellen wir die funkbasierte Ansteuerung vor. Ähnliche Funktionsprinzipien, beispielsweise die induktive Meldeübertragung oder andere Ansteuerungssysteme sind mit diesem Kapitel ebenso erklärbar. Unser exemplarischer Zug fährt aus der Station. Dieser nutzt die Freiphase der Kreuzungsanlage und beschleunigt. Er befährt als erstes eine streckenseitige Infrarotbarke, welcher er im Bruchteil von einer Sekunde über eine fahrzeugseitige Schnittstellentechnik eine geringe Energie zuführt. In der gleichen Sekunde antwortet diese Barke mit einer Information, die unter anderem die Barkennummer enthält. Fahrzeugseitig wird die Barkennummer so ausgewertet, dass anhand dieser ein bestimmtes Programm abläuft. Das Programm könnte, wie in unserem Beispiel lauten, sende nach 120 Meter ein Funktelegramm an die Weichensteuerung unserer Beispielsweiche, auf die sich die Barkennummer bezieht. Nach erfolgreicher fahrzeugseitiger Distanzmessung wird das Funktelegramm gesendet und zwar unter anderem mit den Informationen zur Zugfahrt, also der Linienbezeichnung, der Kursnummer und vor allem der Fahrtroutennummer dieser Fahrt. Anhand der Fahrtroutennummer erfährt die Weichensteuerung die für den Fahrweg benötigte Stellung der Weiche. Die Weichensteuerung hat alle Stellbefehle für alle erdenklichen Routennummern gespeichert. Die Weiche ist nun anhand des Funktelegramms und der damit verbundenen Stellanforderungen gestellt und verriegelt und nicht mehr umstellbar. Der Fahrer verzögert seine Fahrt auf seine erlaubte Überfahrtgeschwindigkeit. Hier sind es 15 kmh. Die Straßenbahn befährt nun eine Koppelspurle, in einigen Verkehrsunternehmen eine historische Rückfallebene, falls der erste Verriegelungsversuch nicht geklappt hat. Er passiert nun den ersten und später den zweiten Weichensperrkreis. Ein System, das uns technisch vor Entgleisungen bewahrt, indem es die Fahrzeugmasse des Straßenbahnzuges erkennt, nämlich mittels einer Bedämpfung eines Schwingkreises. Durch das Erkennen wird steuerungstechnisch zusätzlich der Umstellschutz bewahrt. Dieser kann erst durch die folgerichtige Belegungs- und Freifahrtreihenfolge bei der Sperrkreise aufgelöst werden. Erst nach dieser Freifahrt geht die Anlage wieder in die Grundstellung, so dass nachfolgende zugbewirkte Weichenstellvorgänge stattfinden können. Dieser prozestechnische Ablauf in dieser Reihenfolge ist deswegen so wichtig, weil dadurch die Hauptentgleisungsursache Nummer 1 vermieden wird, nämlich die sogenannte Gabelfahrt. Dies sind Fahrten, wo die einzelnen Radachsen eines Zuges in verschiedene Richtungen fahren, indem sich die Weiche unterm Zug umstellt. Würde nämlich ein nachfolgender Zug das Umstellen der Weiche erfolgreich anfordern, wäre diese Gabelfahrt ohne den beschriebenen Umstellschutz möglich. Statt der Funkanforderung am Anforderungspunkt sind bei vielen Straßenbahnsystemen beispielsweise induktive Meldungsübertragungen mittels Koppelspulen oder mittels elektromagnetische Induktionsschleifen weit verbreitet. Diese Systeme erlauben eine Übertragung der oben erwähnten Zuginformationen über Kabel an die Weichensteuerung, so dass die Weiche dementsprechend richtig gestellt wird. Alle nachfolgenden Prozesse sind hierbei identisch zur funkbasierten Stellhandlung. In der nächsten Betriebssituation befindet sich unser exemplarischer Straßenbahnzug in dichtem Abstand zu einem Vorderzug. Der vorausfahrende Zug wird kurz geführt und befährt demzufolge bald die Wendeschleife. Die Züge sind bereits in voller Fahrt. Unser Zug sendet das Funktelegramm zur Anforderung der Einzelweiche, weil er bereits die vorgegebene Solldistanz zur Barke zurückgelegt hat. Die Steuerungsanlage registriert diese Anforderung, kann diese aber nicht abarbeiten, weil die Anlage durch die Belegung durch den Vorderzug blockiert ist. Hätte das Fahrpersonal mit seiner Überfahrt darauf gewartet, bis die Anlage durch das Verlassen des Zuges in die Grundstellung gegangen wäre, dann würde die Anlage der Stellanforderung entsprechen. In dieser Situation ist dies nicht geschehen. Durch die Überfahrt an der Koppelspule wird zwar die Weiche verriegelt, aber leider in der falschen Richtung. Der Fahrer hat nur noch die Möglichkeit, Vorderweiche anzuhalten, auszusteigen und zwar ausgestattet mit seinem Weichenspieß. Er steckt den Weichenspieß in die Stelltasche. Dabei wird der Umstellschutz aufgehoben und ein eventueller Stellanforderungsversuch beispielsweise durch einen nachfolgenden Zug unterdrückt. Das Fahrpersonal stellt mit händischer Kraft die Weiche in seine gewünschte Position und kontrolliert anschließend das Weichensignal und seinen Verschlussbalken. Anschließend begibt er sich auf sein Fahrzeug und befährt die Weiche. Dieses Intermezzo hat eine halbe oder eine ganze wertvolle Minute gekostet. Aus diesem Grund werden an solchen Stellen gelegentlich sogenannte Nachfahrverbote angebracht. Diese sind Fahrsignale des Straßenbahnbetriebes, die in Abhängigkeit der Anlagenstellung die Signalbilder frei oder halt zeigen und schränken das zu dichte Nachfahren ein. In dieser Betriebssituation wird eine ältere Ansteuerungsmöglichkeit vorgestellt. Diese Ansteuerung funktioniert ausschließlich mit der bereits erwähnten Koppelspule. Diese sind in den meisten Verkehrsunternehmen vor allem für unregelmäßig verkehrende Züge wie Baufahrzeuge verwendbar. In manchen ist diese Technik die einzige vorhandene Stelltechnik. Unser Beispielzug nähert sich dieser Koppelspule, doch bevor er diese passiert, muss das Fahrpersonal mittels der Richtungspfeiltasten am Fahrerstand die bevorzugte Stellrichtung angeben. Das Betätigen der Taste wird fahrzeugtechnisch kodiert und so lange gespeichert, bis das Fahrzeug die nächste Koppelspule passiert hat. An dieser wird die Stellinformation zur Weichensteuerung mittelbar über die Koppelspule gesendet. Die Weiche stellt sich um, wird verriegelt und die Straßenbahn kann mit reduzierter Geschwindigkeit unter Beachtung der Weichensignale die Weiche passieren. Sperrkreise sorgen für den Umstellschutz, bis die Massenbedämpfung beendet ist. Der Umstellschutz und die Anlagengrundstellung kann übrigens auch über andere Gleisschaltmittel hergestellt werden. Anlagen dieser Art haben nur einen Weichensperrkreis, welcher für die nötige Belegungsinformation gänzlich ausreicht. Das Schöne an all diesen Beispielen ist, dass hier bedeutsame Analogien zur Eisenbahn wiederzufinden sind. Die Anforderung hat Ähnlichkeit mit der Fahrstraßenanforderung in einem Stellwerk. Sie erfolgt erst im Grundzustand der Anlage. Die Weichensperrkreise sind die Zugschlussstellen der Straßenbahn. Die Belegung und Freimeldung der Weiche sind komplett analog zur Eisenbahn. Ein bedeutender Unterschied besteht darin, dass diese Straßenbahnweichen zugbewirkt angefordert werden und sind keine von außen gesteuerten Systeme wie Stellwerke. Die Straßenbahn verhält sich zur Eisenbahn wie in der Biologie der Fisch zum Mensch. Äußerlich sehr unterschiedlich, aber was die genetischen Prinzipien, also die Konstruktionslogik betrifft, sind sie höchst verwandt. Okay, verstehe. Die Straßenbahnfahrzeuge fordern einen Stellbefehl an, der durch die Weichensteuerung verarbeitet wird. Genau so ist es. Ein umfangreiches Sammelsurium an Bahnthemen findet sich auf der Internetseite von Bahntechnik und Bahnbetrieb. Schaut es euch an! Applaus 1 1 2 1 Vielen Dank.